Die Polizei ist heute Morgen um 10 Uhr in den Keimsweg gerufen worden. Es sind Schüsse gefallen, mehrere Schüsse. Wir haben eine verletzte, angeschossene Person festgestellt. Derzeit fahnden wir nach einem flüchtigen Täter. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Fahndungen auch. Die Ermittler der Mordkommission sind derzeit am Tatort. Wir fragen Zeugen, die Spurensucher sind hier vor Ort. Wir sind umfangreich dabei, in die Ermittlungen hier einzusteigen. Aber mehr dazu kann ich Ihnen noch nicht erzählen. Er hat rumgeschrien mit dem Mann. Die haben sich gegenseitig angeschrien. Ach so, die kannten sich? Ja, die kannten sich wohl. Und dann haben wir noch diese Schüssel gesehen. Ja, aber nicht auf Deutsch. Nee. Also es war kein Deutscher auf jeden Fall. Es gab vier, fünf Schüsse. Drei sind in die Menschen hinein. Und die anderen beiden sind zum Glück daneben gegangen. Also mehr kann ich auch nichts zu sagen. Also... Ja, das ist ja auch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020